Hallo, ich bin der Gluta, ich komme aus der Welt. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Wir sind im Metadon Hotel und hier gibt es einen Shop, das seit 14, 27, 40 erhöht Angriff und 60. Und das ist Steak in der Form von Metadons Gesicht. Und der Typ ist auch drohen. Wie viel heilt eigentlich mein Junk Food? 17. Das reicht für mich ja eigentlich schon, weil im Pazifist Run hat man eh nur 20 Kp. Die sind im Kanzimmer. Room Service got my seat. Ja. Ich hab nen Seat, oder? Oh ne, muss ich vergessen. Abgeschlossen. Zum Atom. Habe ich beides leider nicht mehr. Ich kann was hinter die Tür tun. Habe ich meine Hortigkeit damit jetzt? Ne, ich hab sie nicht verloren. Das ist der Hausmeister, der selber Schleim dahin macht, wenn er wegspielfischen ist. Er sieht sehr angestrengt aus. Das ist eine Anspielung von einem geheimen Ort, wo es einen geheimen, sehr komischen Boss gibt. Bloß, den werde ich nicht zeigen vermutlich, oder irgendwann mal nur. Weil, aus einem sehr tollen Grund, kann man den nur an einem bestimmten Tag im Oktober, ich weiß nicht auswendig welchen, um 16 Uhr war es glaube ich, antreffen. Aber hey, ich selte jetzt nochmal und geh dann zum Chor. Leute, es geht sehr schnell voran. Also, ihr habt das Geräusch nicht gehört, aber ich hab's überhaupt geschlafen. Das ist doch, das war mehr als rund. Hier kann ich nur die Kunst, das hat Wasserstrahlen. Yay. Dann, auf geht's. Da sind zwei komische Gestalten. Telefon. Oh, wo sind sie? Nobody else is supposed to be here. Oh well, we can't worry about that now. Diese Person dürften nicht hier sein werden, wenn man das ist. Ready, this is it. Take the elevator up to the top of the core. Okay, oh, so komme ich an die Spitze vom Core, aber erst mal. Hey, aren't you gonna use the elevator? I guess we can go this way. If there wasn't a huge pit in the way. The elevator should be working. Well then, let's go. On the left side. Okay, you should be able to make it to me. Watch out. Oh no. Oh no. Er ist religiös. Er hilft mit Kreuz. Oh no. Er ist religiös. Der sieht schwächer. Was ist das für eine Random-Attack hier? Die Brille. Oh. Ja gut. Das war nah. So, warum sind so viele Monster hier? So viele Monster sind hier Leute. Hey. 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 Dafür bin ich ausgerissen. Oh my god, are you okay? I... I'm sorry, I gave you the... Oh, das war sogar falsch. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich das nicht bemerkt, Elphys. Everything's fine, okay, let's just compare it to the right. Danke, dass du mir gesagt hast, dass du mich fast umgebracht hättest, theoretisch, Elphys. Crossroads, aaah, ja, ich soll nach rechts gehen, aber nicht so gut. Will ich ja weiterkommen? Nee, 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 geh lieber mal. Ja, ich hab noch mal, was ich schreibe. Ja, ja, ich hab noch mal. Aber ja, ja, ja. Der Power ist aufgerissen. Der Power ist aufgerissen. Der Energie ist aufgerissen. Dann ist es nicht so gut zu sein. Ich werde es aufgerissen. Wenn es aufgerissen ist, dann stopp. Okay, du wirst du nicht aufgerissen. Ich muss jetzt darauf achten. Es geht immer wieder an. Ja, sowieso nicht klar lang, wie du ein Elphys wollte. See, I got everything under control. Ja, ja. Du hast alles unter Kontrolle, ne? Sonst war ich ja nicht hoch. Oh, wie gesagt. Okay, you should, you should. No, it doesn't look like my map at all. Sorry, I... Ja. Elphys kann nicht sein. Das schaut nicht schön. Osten, das Ende. Da kann ich nicht sein. Geil, Labyrinth. Geil, 100 Kohle im Mülleimer. Das heißt, dass ich das nicht kannte. Was steht hier? Wenn ich es nach morgen gehe, jetzt ist das Ende. Da bin ich durch. Oh Gott, ein Final Frogget. Und also, es sind stärkere Formen von bereits existierenden Gegenden. Oh Gott, das ist wohl krise Schein. Junge, ich konnte nicht mal was machen. Die Atacke ist ja übel unfair. Ja, ja, danke dass man das skippen darf, ne. Danke Entwickler. Ja, hoffentlich kriege ich diesmal keinen Account, äh, was steht hier? Nein, ich will hier jetzt schnell durch, da war ich ja grad schon, das macht vielleicht... Da gab es wieder die gleiche Scheiß-Attacke, was soll das? Ich muss jetzt ein Halt, um rauszuhauen. Ja, 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 jetzt machen wir wieder den selben Angriff. Ich komm wieder auf Gefühl... Okay, jetzt komm doch nicht, ich hab wieder auf null Leben, gebeten... Ja, noch mehr genau... Ja, so viele... Was hab ich letztens nur bei dem genauen? Was ist das? Was ist das? Sorry, dass ich jetzt nicht so viel sage, aber ich will nicht jetzt von uns variieren. Gott, warum nimmt man auch so viel Schaden? Verdammt. Einen Moment. In der Klasse sind die Gapskartensteige, die immer wieder keiner checkt. Noch einer, ich bin mal gaffst. Das Flüchtmissen ist nicht möglich. Du, ich bin tot. Sonst müssen wir nicht lang, oder? Oh Gott. Was machen wir gerade? Was machen wir gerade? Ja, ich hab's verschwanden. Also greif mich nicht an. 150 Gold hab ich mir auch verliehen. Sag mal. Hab ich irgendwas vergessen? Ich dachte, hier durch den Chor ist man in Natsumi. Ich hab noch mal einen Flamberger. Der heilt da einiges. Obwohl ich noch mal... Das Problem ist, dass mir hier im Chor noch ein Boss bevorsteht. Oh. Oh. Na danke. Zwei Schüsse. Und was hat mir das jetzt gebracht? Ernsthaft. Hier landet das Eis, das wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Und jetzt? Alter, ich wollte eigentlich diesen Part vor dem Final Boss beenden. Ich hab's nicht verarschen. Inzwischen müsste ich alle Gegner hier kennen, die Attack des Arsch. Also, der ist auch safe. Immer getrocknen im Front. So, jetzt hab ich den Kampf mehr gewonnen. Sorry, I... Ja, das ist das, wo... Ähm... Elphys mich hinlegen wollte. I thought that. Let's try to ride half of them. Da war ich schon. Und was soll ich denn machen? Ich bin über Vorrat. Ich hab'n Schalter gedrückt und ein Rätsel gelöst. Ich hab'n Schalter gedrückt und ein Rätsel gelöst. Und was soll ich denn machen? Ich hab'n Schalter gedrückt und ein Rätsel gelöst. Und was soll ich denn machen? Ich muss zwar den... Ich muss zwar den... Andock zu überall reden. Aber was soll ich denn machen? Ich hab fast keine Items mehr und es kommt gleich in den Post, ja. Rast nicht aus, ich brauch die Items. Ich hab Angst, dass ich inzwischen gar gefühlt bin, ich reich. Und das ist das Ziel. Kann ich damit, ja, damit kann ich hier unten hin und nochmal shoppen gehen. Gut, ich brauch auf jeden Fall was. Kaufen. Gönn dir. Gönn dir einfach, es ist zwar nicht das allergeilste Highlight und vor allem für den Preis, aber... Ich hab genug Geld. Jetzt nochmal selber, weil ich werd den Sex brauchen. Ihr könnt euch sicher schon denken, wen ich hier noch bekämpfen muss. Hallo. Oh, ja. Ja, es ist Zeit, den fehlfunktionierenden Roboter zu stoppen. Not. Smart Function Reprogramming. Get real. Es war all just a big show. An act. Alpha's has been playing you for a fool the whole time. Melladon behauptet gerade Elphes hat mich die ganze Zeit nur M reingelegt. As she watched you on the screen, she grew attached to your adventure. She desperately wanted to be part of it. So wollte einfach nur Teil von meiner eigenen Feuer sein. So she decided to insert herself into your story. She reactuated puzzles disabled elevators and enlisted me to torment you. Ah, gib halt so schuld an allem. Also she could save you from dangers that didn't exist. Sie hat alles gemacht, damit sie eben hier teil sein kann. Sie hat mich sogar vorgefahren gelättet, die eigentlichen hier zufrieden. Also, you would think she's the great person, that she's not. And now it's time for her final hour. And this very moment, Elphys is waiting outside the room. During our battle, she will interrupt. She will pretend to deactivate me, saving you one final time. Finally, she'll be the heroine, lol, 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 of your adventure. You'll regard her so highly, she'll even be able to convince you not to me. Oh no. Good year, I've had enough of this predictable charade. I've known that from humans, far from it, actually. Seine... Das einzige, was er wirklich machen soll, ist unterhalten. Und, ja. Er ist eigentlich gar kein Menschen-Tötungs-Robot-Zahn. After all, the audience deserves a good show, don't they? And what's a good show without a plot twist? Ja, plot twist, Leute. Hey, what's going on, don't just love the sound. Sorry, folks. The old program's been cancelled. Ja, Mattadon erschafft sich jetzt die eigene Show, die er will. Elfesplan sind scheißegal, but we've got a finale, that will drive you wild. The besseres finale. Real drama, real action, real life. On our new show, attack of the killer-robot. Auf deutsch, der Boss, um... Das ist, was wir tun, mit Vendor zu weitergeln. Yes, I was the one, that rearranged the call. I was the one, that hired everyone to kill you. That, however, was a short-sighted plan. Do you know, what would be a hundred times better? Killing you, my style. Er auf Deutsch, er hat Monster nur... Ja, ich meine, was schreitig ist. Er hat Monster auf mich losgeschickt, ihn zu töten, aber... Jetzt macht er es nie, my style. Listen, darling, I've seen you fight your way. If you continue forward, Escort will attack your soul. And with your soul, Escort will destroy humanity. Ja, Metatron erzähl mir, dass Escort will use. Die Menschen auslöschen will. So, ich bin der Verhältnis. Ja, er ist unverlässlich. But if I get your soul, I can stop Escort's plan. I can save humanity from destruction. Metatron will die Menschheit erlassen. Und ich kann nicht so schnell mit der Taktatur reagieren. wenn ich er auslöschen kann. Denn using your soul, I cross the warrior. I have become the star I always dreamt of me. Hundreds, thousands, no millions of dreams in Russia. Metatron ist am Endefest, der er sein will. Jetzt beeil dich, ma'am. Und ich kann nicht so schnell mit der Taktatur reagieren. The glamour. I Fenny have it all. So, what If a few people have to die. Ja, was Fenny? The thing you do, me. That's show business. Ehh, don't give up, okay, there's one last way to beat Mettaton, it's a work, this is a work in progress, so don't judge it too hard, but eh, falsche Stimme. And you know how Mettaton always faces forward, that's because there's a switch on his backstand. Yeah, Mettaton's too effective, so if you can turn him around and press the switch, here we will not, but let's see how. We gotta go. Sure. Interimation. Oh, then we're off, right, I feel it's perfect. Yeah, I feel it's perfect, I'll see. Oh. Oh. Did you just flip my switch? Razzle aus. Oh, yes. Razzle aus. Razzle aus. Razzle aus. Razzle aus. Absolutely beautiful. Die Ratings. Melaton EX macht die Premiere, hier ne Bode. Dramatisch. Light, Camera, Action. Musik. Musik. Sink. Video in the beginning. Mal, hier reg Peru. Menschen. Die Mission, die an dieser... Die. 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 Jetzt wollen wir jetzt zerstören diese Runde. Gerechtigkeit mit 100. Ich werde nicht mehr hilfreich. Wauw. Ja, ein Dappel ist sehr scharf. Ich bin so großartig. Ein Tropfen. Hehehe. Was soll ich denn machen? Weiter postieren. Why don't I show you mine? Ich krieg's mich hin mit dem... Gleichzeitig zu arbeiten. Gleichzeitig zu arbeiten. Gleichzeitig zu arbeiten. Zmaug hat. Ein Glamburger. Ja. Strampel 500. Nope. Ich bin so großartig. Aber wie sind Sie auf der Dance-Bloge? Ja. Kann ich mich ab? Okay. Ich muss auch nochmal hier machen, wenn ich das zu echt mache. Lichtkamera von mir. Ich muss natürlich das Red in den Stein, Pinchablau, ich habe. Man kann hier doch gar nicht so schnell sein, was soll ich denn machen? Ja, Pause. Wieder eine Pause. Was soll ich denn jetzt machen? Die Arme sind weg. Oh Gott! Oh Gott! Armbation! ... ... ... ... ... ... ... ... Junge! Ich hab gleich kein Essen mehr. Ich verliere den Kampf, Maria. Der Show must go on. Ich kann den Kampf nicht schaffen. Ich hab noch ne Hose. Ich kann das mit der Tastatur nicht. Ich muss ja eigentlich aufhören. Ich kann das mit der Tastatur nicht schaffen. Ich kann das mit der Tastatur nicht zusammenhängen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Beendet. Ich hatte dich. Beendet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hi. Bis zum nächsten Mal. 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 Oder ich schlag meinen Laptop kaputt.